Heute behaupten viele, besonders nachhaltig zu sein. Wir bei Pfleiderer konzentrieren uns darauf, wirklich etwas dafür zu tun. Mit Produkten wie Organic Board, das zu einem hohen Anteil aus Recyclingholz und biogenem Leim Organic Glue besteht und damit besonders wohngesunden Innenausbau ermöglicht. Oder dem ersten Vollsortiment, das mit dem blauen Engel ausgezeichnet ist. Außerdem verfügen eine ganze Reihe unserer Produkte über die besonders angesehene Cradle-to-Cradle-Zertifizierung. Schon heute sind wir von Sustainalytics als ESG-Top-Performer ausgezeichnet und gehören mit Goldstatus von Ecovades zu den Top 4% aller Unternehmen weltweit in puncto Nachhaltigkeit. Wir setzen konsequent auf Kreislauf- und Kaskadenwirtschaft sowie Materialkonzepte, die Biodiversität schützen und optimieren den ökologischen Fußabdruck unserer Fertigung durch den Einsatz erneuerbarer Energien und hohe Recyclingquoten. Ganz genau dokumentieren wir das und viele weitere Themen in unserem jährlichen Nachhaltigkeitsbericht. Wir wissen, dass es noch viel zu tun gibt, bis Möbel- und Innenausbau sowie konstruktiver Holzbau Netto-Null-CO2-Emissionen erreichen. Für uns ist klar, dass wir mit großem Einsatz einen entscheidenden Beitrag dazu leisten werden. Alles, was wir tun, steht unter dem Leitsatz WeWork for our Vision. Denn wir sind natürlich nachhaltig.